Ich freue mich sehr, dass ich euch heute die Zukunft von MAP hier auf der Bühne vorstellen darf. Wir kreieren digitale Zukunfts mit einem sustainableen IMPACT für die Welt. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine sehr gelungene Veranstaltung heute. Was ich mega, mega cool finde, ist, dass alle wirklich zusammenkommen und man die Leute immer wieder trifft. Auch das ganze Team, das man hier gesehen hat, fände ich den MAP Spirit nochmal verkörpert. Also man hat halt richtig gemerkt, wofür MAP stehen möchte, auch in den nächsten Jahren. Und ihr wisst, ich bin sehr stolz auf euch und auf MAP. Und ihr wisst, ich bin sehr stolz auf euch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020